Ich heiße Toni, komme aus Deutschland und bin hier bei Dr. Jürgen Seldenthal in Behandlung. Ich bin 2006 erkrankt. Ich war in Behandlung in Deutschland und habe über sieben Wochen 300 Milligramm Toxiziklin genommen. Ich war in verschiedenen Dr. Jürgen Seldenthal in Deutschland für meine Krankheit und eine Infektion. Ich habe sie seit 7 Wochen genommen, die Toxiziklin genommen, aber ich habe keine Veränderung. Es hat mir nicht geholfen. Ich habe seitdem große Beschwerden an der Wirbelsäule, an den Nacken, am Rücken, an den Knien, in den Armen, an den Schultern. Ich habe Schmerzen und bei Dr. Jürgen Seldenthal habe ich hier Hilfe bekommen. Ja, ich hatte Probleme seitdem, in all seinen Arten, die Schultern, die Kulier, die Kulier, die Kulier, die Kulier, die Kulier, die Kulier und die Kulier. Und das führt vor allem, als Inside killed, die Kulier war. Er ist ziemlich gut mit der Therapie von Dr. Julius Gerenthal. Das ist. Vielen Dank.